Hallo, in diesem Video nur ganz kurz gezeigt, die einfachste und sicherste Methode, wie sich ein Windows-Nutzer ganz einfach auch mal Linux anschauen kann. Jede zweite Mail, die uns hier erreicht, dreht sich im Grunde um die Sorge, dass Windows 10 demnächst End-of-Life erreicht, also von Microsoft nicht mehr mit Sicherheits-Updates versorgt wird und der Nutzer deswegen auf Windows 11 hoch muss. Und dort erwartet den Nutzer nicht nur der immer höher werdende Druck bezüglich eines Online-Kontos, sondern angeblich seit Windows 11 24 H2 auch die sogenannte Recall-Funktion, die offenbar in der Version standardmäßig überall aktiviert ist. Um die Funktion gab es schon eine große Kontroverse und das ist hier der zweite Versuch von Microsoft. Microsoft ist noch ganz frisch, kann sein, dass wenn Sie das Video später sehen, dass es in dem Bereich dann schon wieder eine neue Entwicklung gegeben hat, wäre durchaus möglich. Und direkt vorab, ja, Microsoft macht das beides nicht, weil sie einfach nur böse, böse, böse sind, ja, also Online-Konto-Zwang oder Recall, sondern Microsoft macht das, weil es am meisten Geld bringt. Ein Online-Konto bringt Microsoft mehr Geld als ein Offline-Konto und Recall ist die nächste ganz große Cash-Kau. Und deswegen weiß man auch, dass das kommt. Vielleicht später, vielleicht nicht sofort mit der Holzhammer-Methode, aber das kommt, das ist ganz sicher. Es geht nicht um Sie, es geht ums Geld. Also die Sorge ist begründet und der Trend ist unverkennbar. Jetzt ist natürlich die Frage, wie ist die Lösung? Und da kann ich natürlich den ganz großen Experten raushängen lassen und schwätzen, dass Linux das Größte ist und dass meine Kollegen was taugen, aber das würden Sie direkt durchschauen und man soll ja auch nicht lügen. Das Problem ist wie folgt. Da jeder Nutzer andere Ansprüche hat, sieht auch für jeden Benutzer die perfekte Lösung mitunter ganz anders aus. Was ich aber anbieten kann, ist Ihnen zu zeigen, wie Sie sich selber einen Überblick verschaffen können. Warum also auf andere hören? Und deswegen zeigen wir hier der Serie, wie Sie unter anderem Linux neben Ihrem Windows installieren können. Wie Sie Linux so anpassen können, wie Sie es wollen. Nicht, weil das unbedingt notwendig ist, sondern weil das zum Beispiel einer der vielen Punkte ist, die unter Windows gar nicht funktionieren würden. Und natürlich wird in der Serie auch gezeigt, wie Sie Linux am Ende wieder komplett entfernen. All das mit der Garantie, dass Ihrem Windows nichts passieren wird. Das bleibt auf dem Rechner und Sie verlieren garantiert keine Daten. Das ist der ganz wichtige Punkt, damit die Hürde des Anschauens so niedrig wie möglich ist. Es kostet Sie nichts, einfach mal 20 Minuten zu investieren, um Linux zu installieren und das Entfernen ist am Ende noch schneller. Und dann einfach mal, wenn Sie sagen, heute steht nur Surfen im Internet an, dann einfach mal das Ganze mit Linux machen und zu schauen, wo sind denn die Unterschiede. Oder es muss irgendwas in Office gemacht werden. Einfach das unter Linux machen und dann dort erkennen, kann ich das damit machen oder brauche ich doch unbedingt Microsoft. Und am Ende der Testphase wissen Sie dann ganz genau, ob Linux was für Sie ist oder nicht. Und noch wichtiger, Sie wissen, warum es nichts für Sie ist, wenn Sie Probleme gefunden haben. Klar, bei kleineren Problemen kann die Community helfen überhaupt kein Problem, aber es kann auch durchaus Probleme geben, wo Sie sagen, da komme ich jetzt nicht drumherum. Solch einen Déjà-vu-Effekt, den hatte ich letztens selber. Ich habe mir einen neuen Laptop geholt, den brauche ich für Außeneinsätze und der muss mit einer ganz speziellen externen Hardware, ich sage mal, zusammenarbeiten. Und bei der Bestellung durfte ich angeben, will ich Windows 10, Windows 11 und ich habe natürlich Windows 10 genommen, weil ich nicht Windows 11 wollte. Und ich habe am ersten Tag natürlich direkt Windows gelöscht und Linux draufgepackt. Aber die Software für diese eine Hardware, die gibt es halt nur unter Windows. Also habe ich das Ganze versucht, erst mit Wine zu realisieren. Hat nicht geklappt. Dann habe ich VMware Workstation für eine virtuelle Maschine installiert. Dann Windows 10 als virtuelle Maschine dort eingerichtet. Dann die Software dort installiert und ja, hat auch nicht geklappt. Ging einfach nicht. So, nach zwei Stunden habe ich einfach aufgegeben, weil es die Sache nicht wert ist. Und die Lösung ist einfach, wieder Windows 10 installieren. Danach Windows 10, ich sage mal, verkleinern, wie wir das jetzt hier gleich in dem Video machen werden. Linux daneben gepackt. So, und an 363 Tagen werde ich mit dem Laptop einfach unter Linux arbeiten, wie ich das auch sonst machen würde. Aber wenn ich dann dieses eine Programm brauche, dann wird wirklich noch Windows 10 gestartet. Zehn Minuten damit gearbeitet, weil da werden Daten ausgelesen. Die Daten kann ich dann unter Linux problemlos weiterverarbeiten und schon bin ich wieder raus aus Windows. Aber dafür gibt es keine andere Lösung. Und vielleicht sieht es bei Ihnen am Ende ganz ähnlich aus, weil Sie sagen, ja, ich habe hier auch irgendeine Hardware, die noch nicht so richtig funktioniert. Oder vielleicht Spiele bei Steam, die noch nicht so richtig unter Linux funktionieren. Ich weiß, es ist immer besser unter Linux. Also, es wird immer besser. Aber es ist bestimmt noch nicht so perfekt. Und dann im schlimmsten Fall einfach Dualboot. Wird gezockt. Windows gestartet. Gezockt. Fertig. Linux gestartet. Aber die Linux-Erfahrung aus erster Hand zu machen, ist schon mal perfekt. Und außerdem kann man sich danach Experte nennen. Ist ja auch was wert. Also, wir legen los. Was wir brauchen, ist natürlich unser Windows 10 Rechner oder unser Windows 11 Rechner. Und wir brauchen auch ein bisschen Platz auf unserer Platte. Ich habe jetzt hier mal den Explorer aufgerufen, dieser PC. Und ich sehe jetzt hier meinen Datenträger C. Und er hat noch ein bisschen Platz. Hier in dem Fall 75 GB sind noch frei. Das reicht völlig für diesen Test. Und es würde auch funktionieren, wenn Sie einen anderen Datenträger hier irgendwo haben, der noch frei ist, wo noch Platz ist. Das sollte auch funktionieren. So, danach brauchen wir natürlich noch unser Linux. Grundsätzlich funktioniert das Ganze mit jedem Linux. Insoweit. Sie können sich die Serie auch anschauen und jetzt das Ganze mit Linux Mint machen und nächste Woche wieder alles löschen und dann zum Beispiel ein anderes Linux austesten. Ja, würde auch gehen. So, ich mache das hier mit Linux Mint. Findet man unter Linux Mint.com. Derzeit verfügbar in der Version 22. Klicken wir hier auf Download. Ich nehme die Cinnamon Edition. Download. Suche mir hier in Deutschland einen Server. Klick da drauf. Und ich sehe jetzt unten links im Webbrowser, dass da ein ISO runtergeladen wird. So, und dieses ISO wird auf einen USB-Stick gebrannt. Und dazu einen Link in der Beschreibung auf dem Video, wie man das Ganze mit dem Tool Rufus erledigen kann. Denn ja, ich habe jetzt gerade absichtlich gesagt, dass ein ISO-Image gebrannt wird. Das wird natürlich nicht wirklich gebrannt, aber man nennt den Vorgang so, denn kopiert wird das auch nicht. So, wenn das dann am Ende gebrannt ist, ich habe gerade eine ISO-Datei runtergeladen, aber auf dem Datenträger, egal auf USB oder wie bei mir jetzt hier DVD, dann sieht das am Ende so aus. Und dann ist das Ganze eben bootbar. Das ist der wichtige Schritt, dass wir jetzt im nächsten Schritt dann unser Windows anweisen, von diesem USB-Stick zu booten. Im nächsten Schritt müssen wir nun unseren Rechner neu starten und den dazu bringen, von dem USB-Stick zu starten. Also nicht mehr von der Festplatte, wie der das Ganze standardmäßig macht, sondern eben jetzt von dem eingesteckten USB-Stick. Und wenn Sie Ihren Rechner neu starten, bevor Windows gestartet wird, wird normalerweise das sogenannte EFI, früher hieß das auch mal BIOS, gestartet. Und wenn das BIOS gestartet wird, oder das UEFI, dann sehen Sie eventuell von Ihrem Mainboard-Hersteller das Logo, das wäre möglich. Was man auf jeden Fall sieht, ist eine entsprechende Zeile unten eingeblendet, von wegen, welche Taste muss ich drücken, um den Bootloader zu aktivieren. Oder vielleicht drücken Sie Escape, um ins BIOS zu kommen, oder ins UEFI. Welche Taste das sein wird, das ist leider nicht einfach vorherzusagen, denn das ist von Hersteller zu Hersteller verschieden. Oftmals, um in das BIOS-UEFI zu kommen, ist die Taste Escape oder Entfernen. Und um die Bootreihenfolge zu ändern, ist die Taste oftmals F8 oder F12, aber nochmal, das kann sein, dass Sie halt einen Hersteller haben, der das ganz anders belegt hat. Diejenigen unter den Zuschauern, die genau wissen, von wegen, ich habe das Mainboard, also den Hersteller, die machen das in der Regel dann gleich, ich habe den Hersteller, zum Beispiel SMI, nee, MSI, und da ist das zum Beispiel diese Taste. Die können das ja gerne in die Kommentare packen, dann haben andere Zuschauer, die dasselbe Mainboard haben, schon mal den Schritt gespart. Also, wenn dann das EFI startet, kurz bevor ihr Windows startet, diese Taste drücken und dann gelangen wir in den sogenannten Bootloader. Ich habe jetzt meinen Rechner hier mal neu gestartet und bin auch in diesen Bootmanager reingegangen und habe jetzt hier mehrere Möglichkeiten. Die Standardeinstellung, ich kann hier mit den Pfeiltasten nach oben und nach unten navigieren, die Standardeinstellung ist Normalbooten und der erste Eintrag für Normalbooten ist der Windows Bootmanager, der dann wiederum Windows startet. Jetzt kann ich alternativ auch sagen, du sollst lieber von der SCSI Festplatte booten, was auch Windows wäre. Insoweit, das wäre das Gleiche in Grün. Aber ich habe jetzt hier halt eben unter anderem auch noch die Möglichkeit, vom DVD-Laufwerk zu booten. Bei mir ist das ISO jetzt als DVD eingebunden, insoweit werde ich das machen, aber bei Ihnen muss da auch irgendwo dann stehen, von wegen, ich erkenne gerade den und den USB-Stick, willst du von dem booten? Und dann natürlich den USB-Stick anwählen und eben Enter klicken. Dann wird von dem gebootet. So, jetzt bin ich auf dem USB-Stick oder in meinem Fall auf dem DVD-Laufwerk und ich bekomme jetzt hier wieder mehrere Möglichkeiten angeboten. Kann mich hier wieder entscheiden. Ich bleibe bei der Standardeinstellung, das ist der erste Eintrag. Ich starte Linux Mint. Drücken wir drauf. Jetzt wird Linux Mint gestartet. Das Linux Mint, das wir jetzt gerade gestartet haben, befindet sich komplett in unserem Arbeitsspeicher. Den Daten auf der Festplatte, denen ist noch nichts passiert. Die wurden nicht angefasst. Wir können theoretisch hier unsere ersten Erfahrungen machen, indem ich jetzt einfach mal hier den Dateimanager starte. Wäre jetzt auch möglich. Aber wir wollen das Ganze installieren. Deswegen hier oben doppelt geklickt. Dann startet sich der Installationsdialog. Wir haben hier unten die Anzahl von Punkten. Und das sind sieben Punkte, die hier abgearbeitet werden müssen. Der erste Punkt ist die Sprache. Ich wähle Deutsch an in meinem Fall. Klicke auf Weiter. Das hier wird ebenfalls mit Deutsch Standard bestätigt. Danach werden wir gefragt, ob wir die Multimedia-Kodex installieren wollen. Die werden nämlich, wenn wir wollen, aus dem Internet nachgeladen. Das heißt, wenn Sie jetzt eine ziemlich langsame Internetverbindung haben, können Sie das natürlich trotzdem machen. Aber dauert natürlich dann einen Moment länger. Danach geht es um die Installationsart. Und die Standardinstallationsart ist natürlich, Linux Mint neben dem Windows Boot Manager zu installieren. Das lassen wir jetzt hier auch. Deswegen hatten wir ja eben geprüft, ob genug Platz verfügbar ist. Die Option etwas anderes machen wir in einem anderen Video. Wir klicken hier erstmal auf Weiter. Und jetzt wird direkt vorgeschlagen, nach der automatischen Erkennung von wegen, mein Windows, das ich auf der Platte habe, ist ungefähr 54 Gigabyte groß. Linux Mint würde jetzt sagen, wir lassen ihm noch 30 Gigabyte zum Spielen da über. Und die anderen 30 Gigabyte, die nehmen wir uns. So, das kann man übernehmen. Man kann das auch abändern. Hängt natürlich davon ab, ob wir jetzt sagen, ich werde jetzt hier unter Linux Mint wahnsinnig was runterladen und brauche da jede Menge Platz. Und das soll eben auch noch da landen und nicht auf externen Datenträger. Also, kann man hier verändern, kann man aber auch lassen. So, am Ende jetzt installieren geklickt. Ich bekomme die erste von zwei Warnungen, ob wir sicher sind, dass wir weitermachen wollen. Wir sind natürlich sicher, weil wir wissen, wir kriegen das Ganze auch am Ende wieder zurückgedreht. Das ist jetzt die letzte Warnung. Jetzt werden die Daten auf die Platte geschrieben. Danach die Zeitzone auswählen. Das Offline-Konto erstellen oder das lokale Konto. Über Video. SV Mint. Und Benutzername, Passwort. Und Passwort nochmal bestätigen. So, wir können hier schon direkt angeben, wollen wir uns automatisch anmelden. Ich bin der Einzige, der auf dem Rechner arbeitet. Insoweit ist da kein Sicherheitsproblem zu erwarten. Deswegen, er kann sich automatisch anmelden. Ist wahrscheinlich für die meisten die einfachste Geschichte. So, und von hier an läuft das Ganze durch. Der Rechner muss auch nicht ein Dutzend Mal neu starten. Das warten wir jetzt einfach kurz ab und dann ist die Sache hier erledigt. Die eigentliche Installation, die habe ich jetzt natürlich übersprungen. Das Ganze hat jetzt ungefähr 10 Minuten gedauert, höchstens. Wenn wir fertig sind, kriegen wir den entsprechenden Hinweis. Wir können mit dem Ausprobieren fortfahren. Wie gesagt, das ist alles nur im Arbeitsspeicher. Oder wir klicken auf Neustarten. Dann wird der Rechner wirklich noch neu gestartet. Wir werden darauf hingewiesen, eventuell das Installationsmedium zu entfernen und danach Enter zu drücken. Und dann startet der Rechner neu. Nach dem Neustart landen wir dann immer in diesem GNU Group Bootloader hier. Standardeinstellung ist zu diesem Zeitpunkt noch Linux Mint 22, also das, was wir gerade installiert haben. Und ich sehe hier als dritten Eintrag den Windows Boot Manager. Und der startet natürlich Windows. Insoweit gehen wir jetzt da mal rein und schauen uns an, ob sich da was verändert hat. So, loggen wir uns wieder ein. Starten mal den Explorer und sehen jetzt hier, unsere Platte ist ein bisschen kleiner geworden. Wir haben jetzt noch 30 GB frei. Genau wie eben eingestellt. Aber ansonsten merkt Windows überhaupt keinen Unterschied. Also starten wir den Rechner nochmal neu und schauen mal bei Linux vorbei. Wie eben schon gesagt, um Linux zu starten, brauche ich eigentlich gar nichts zu tun. Standardmäßig läuft unten in der letzten Zeile ein Counter, ich glaube so 9 Sekunden laufender rückwärts. Danach wird der Standardeintrag, und zwar der erste Eintrag, ausgewählt und dann gestartet. So, ich habe den jetzt von Hand ausgewählt und schon sind wir in Linux drin. Wir werden am Anfang hier mit diesem Willkommensbildschirm begrüßt. Den braucht man nicht jedes Mal. Insoweit nehme ich die Checkbox hier raus. Ebenfalls wird sich wahrscheinlich gleich relativ schnell die Update-Verwaltung melden. Das werden wir jetzt gleich auch noch machen. Und ansonsten kann man hier einfach mal loslegen. Den Dateimanager, den haben wir hier unten auf der Taskbar. Wie gesagt, das Anpassen kommt alles in einem späteren Video. Und können wir hier also nach Herzenslust uns mal durchklicken. So, für den Fall der Fälle, dass die Update-Verwaltung doch nicht so schnell kommt, wie ich das gerade gebrauchen kann, haben wir hier unten das entsprechende Icon hier, dieses Schild. Klicken wir da drauf, triggern wir das Ganze. Wir bestätigen das hier. Dann werden die Updates gesucht. Und die wichtige Geschichte, die ich jetzt noch zeigen wollte, ist, wollen Sie zu einem lokalen Spiegel-Server wechseln? Und ja, das wollen wir. Hier sind jetzt einige Updates vorhanden. Insgesamt 76. Und standardmäßig werden die von Servern geladen, die in den USA oder in England sind. Da macht es natürlich durchaus Sinn, Spiegel-Server anzuwählen, die näher dran sind. Insoweit habe ich das jetzt gerade mal gemacht. Hier steht es, offizielle Paketquellen. Hier ist der Server. Klicken wir da drauf. Warten einen Moment. Dann wird so eine Art Geschwindigkeitstest durchgeführt. Und am Ende steht oben die schnellste Verbindung. Und die können wir dann natürlich auch auswählen. So, der erste Test abgeschlossen. Netcolon ist hier im schnellsten. Das überrascht nicht, da ich gerade einen Anschluss von Netcolon benutze. Also draufgeklickt, bestätigt. Jetzt noch der zweite Server. Da auch den Speedtest durchlaufen lassen. So, hier ist jetzt Host Europe schneller als Netcolon. Insoweit eine Alternative zu haben. Schadet auch nicht. Wir haben also draufgeklickt. Und schon ist das Ganze erledigt. So, jetzt können wir die Quellen nochmal aktualisieren. Und das wieder schließen. So, und jetzt können wir eben die Updates installieren. Hier drüber. Oh, dann geht das wesentlich schneller. Okay, das hier muss noch bestätigt werden mit dem Passwort. Und dann werden die Updates eingespielt. Damit wären wir hier also am Ende angekommen mit dem Video. Wie gesagt, im nächsten Video für all diejenigen, die jetzt sagen, Moment mal, im Bootloader wird jetzt standardmäßig Linux gebootet. Das heißt, das Windows, über das ich mich bis jetzt 30 Jahre beschwert habe, ist jetzt in die zweite Reihe geschoben worden. Ich bin mir nicht sicher, ob ich zu so viel Hingabe schon bereit bin am ersten Tag. Deswegen im nächsten Video zeige ich dann, wie wir den Bootloader so abändern können. Keine große Aktion. Dass standardmäßig immer wieder ins Windows gebootet wird. Vielleicht haben Sie ja mehrere Benutzer, die an Ihrem Rechner arbeiten. Und denen Sie nicht gesagt haben, dass ja unter anderem jetzt auch noch Linux drauf ist. Und die dann da eventuell verwirrt sind. Deswegen den Bootloader ändern wir im nächsten Video. Also, einfach mal testen. Okay.